und damit moin leute was geht herzlich willkommen zu dem video wir spielen wieder minecraft bad wars auf hypixel.net heute wieder solorunden ja wir hatten jetzt die letzten zwei tage hatten wir jetzt vier runden und jetzt haben wir eine solorunde das jetzt die dritte von sieben aufnahmen die ich tätigen muss das heißt hier haben wir dann noch danach und mir ist gerade scheiße warm aber egal wenn ich morgen gut drauf bin kann ich euch sogar zwei videos pro tag rausratzen ich weiß nicht ob ihr das feiern würdet müsst ihr mir einfach mal schreiben obwohl ich schreiben geht jetzt nicht wo die map alles klar ich bin bereit ach sorry übrigens dass keine streams kamen die kommen auch hier werden in zukunft wieder kommen ich sag es nicht zu mir ich sage mal ich 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 Nein, warum bin ich denn gesprungen, Alter? Wie komme ich denn auf die Idee zu springen? Ich achte zu wenig auf mein Leben, das ist mein Problem. Und let's go. Komm schon. Du musst das jetzt machen, ich kann nicht gegen so einen Noob verlieren. Komm schon. Komm schon. Ja man, den jetzt einfach so lange wie möglich fern halten. Oh ne. Ja, GG. Die hat er gut gemacht am Ende. Alles klar weg. Oder wie sieht's hier aus? Ne, hier läuft es flüssig. Und zwei Runden können wir ja machen noch. Je nachdem wie lange die jetzt dauert. Bei mir ist extrem warm. Ich weiß, das ist zur Zeit gerade nicht der hochwertigste Content diese Woche, aber das geht halt nicht besser. Ja. 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 So, ach Gott, das kann jetzt anstrengend sein. Äh, T-Rot. Äh, T-Rot. So, dann müssen wir uns jetzt einiges sammeln. Ja, das sollte passen. Dann können wir uns ein Rüstungs-Upgrade holen. Dann können wir uns ein Rüstungs-Upgrade holen. Dann müssen wir uns ein Rüstungs-Upgrade holen. Oh! Es ist jetzt egal, dass wir unterfallen sind. Wir leben sowieso nur noch ein grüner und grau. Ich wette, einer von denen hatte ich in der Mitte eingenestet. Auf so richtig geiler Basis. Ah, Hose liegt ja noch. Oh! 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 Oh, egal! Let's see, come on. Let's see. 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 Let's see.